Herr Huber, wie unterscheiden sich Medikspraxen von anderen Gemeinschaftspraxen auf dem Gesundheitswesen-März? Also Medikspraxen befragen eine Teammedizin, wo man sich gegenseitig unterstützt. Wir besprechen uns täglich, wir treffen uns wöchentlich in Qualitätszirkel, wo wichtige Fragen besprochen, diskutiert werden, nach besten Lösungen gesucht werden. Ich glaube, der Teamansatz ist speziell bei den Medikspraxen. Und warum glauben Sie, dass Sie auf dem umgekämpften Markt besonders erfolgreich sind? Ich glaube, weil wir ärztlich geleitet sind bei Medikspraxen. Die Praxen gehören im Ärztennetz, sie gehören nicht in einen privaten Investor, der vielleicht die Gewöhn rauszuholen will. Das heisst, wir sind frei, auch in der Medizin, die wir machen wollen, und die Ärzte sind auch zufrieden mit ihrem Einkommen, weil es ist niemand, der etwas daraus abschöpft. Wie profitiere ich als Patient dieser besonderen Philosophie? Bei Medikspraxen haben Sie hochmotivierte Ärzte. Die Ärzte sind sehr gut ausgebildet und laufend weitergebildet. Das merken Sie als Patient, weil Sie einen Arzt vis-à-vis haben, der ein solides Wissen hat, der einfühlend mit Ihnen nach Lösungen sucht und mit Ihnen zusammen den besten Weg sucht. Es hat ja zeitlang immer geheissen, die besonderen Verträge, die Sie haben, führen dazu, dass es eine Sparmedizin sei und dass ich als Patient nicht genügend versorgt werde. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Ja, das stimmt natürlich nicht. Sie kommen genau das über, was Sie brauchen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Sie haben als Patient ja die Möglichkeit, in das Hausarztmodell zu gehen, wo Sie Prämien einsparen. Da muss man kostenbewusste, sorgfältige Medizin machen. Aber sicher kommt jeder Patient das über, was er braucht. Medix ist ja seit 20 Jahren erfolgreich auf den Markt. Auf was sind Sie besonders stolz? Ich glaube, dass wir 20 Jahre lang an unserer medizinischen Grundhaltung arbeiten können und sie weiterentwickeln und Ausdruck davon sind die über 80 Guidelines und die Fall 20 Gesundheitsdossiers für Patienten, die alle öffentlich sind, die Ausdruck von unserer medizinischen Betreuungsphilosophie sind.